Um den Winter gut zu überstehen und den Fahrgästen den besten Service zu bieten, hat Palmen Railways im großen Bahnhöfen eine Heizlok abgestellt. Zuerst werden die Loks zu den wichtigen Bahnhöfen gebracht. Sowohl im Personenzugdienst, als auch im Güterverkehr werden die sogenannten Heizloks eingesetzt. Stellt man sich an die Heizlok, so spürt man schon nach wenigen Sekunden die Wärme im ganzen Körper. Hallo, hallo. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017